so ein tag ist wiederum zweites türchen des führers kalenders 2022 nummer zwei ist auch hier vorne direkt mal zwei schauen was sich darin verbirgt sehr kalt geworden bei uns leider auch kein schnee aber gefühlt sind ist mir gerade draußen vier schöne artikel ein red strobe von keine ahnung eine crystal fontaine von leslie in einer relativ schlechten verarbeitung aber wir schauen mal ein bodenfeuerwirbel grün eine nico biene und ein glitzturm ist das seine von leslie glitzer regen von leslie von nico tschuldigung ein glitzer regen von nico die lässt die blitztürme sehen ähnlich aus vier schöne artikel im zweiten türchen des adventskalenders und dann sehen wir uns gleich draußen zur zündung so draußen angekommen saukalt und wir fangen mal an mit der nico so weiter geht's mit dem red stroke von ich weiß nicht von wem keine ahnung wer der hersteller ist vielleicht weiß dass jemand von euch dann soll das mal bitte in die kommentare schreiben ein geschenk vom igel fireworks besten dank noch mal dafür oder ausgedacht jetzt haben wir ihn doch noch angekriegt oder auch nicht ja der will nicht schade tut mir leid weiter geht's mit der crystal fontaine von leslie jetzt kommt er doch noch ein bisschen verspätet ein spät zünder und als letztes haben wir den nico glitzer regen geiler artikel der gefällt mir für klasse 1 richtig geil das war türchen nummer zwei und wir sehen uns wie immer morgen zum türchen nummer drei am dritten dezember bis morgen